Die Augsburger Panter schwimmen zur Zeit auf einer Welle des Erfolgs. Und er ist ein Grund dafür, Patrick Ehrlechner. Vor der Saison wechselte der Goalie von den Nürnberg-Eistigers zum AEV. Mir gefällt es sehr gut bis jetzt. Ich wurde sehr gut aufgenommen von den Jungs in der Mannschaft, im Verein. Die Fans waren natürlich auch überragend, das letzte Heimspiel. Und ich fühle mich pudelwohl hier. Der Rosenheimer stand auch schon mehrfach für die deutsche Nationalmannschaft im Tor. Panther-Coach Larry Mitchell hält viel vom 28-Jährigen. Patrick Ehrlechner ist der starke Torwart, was wir uns erhofft haben. Patrick hat jetzt drei sehr starke Spiele abgeliefert. Und seine Vorderleute unterstützen ihn so gut, wie es geht. Und deswegen stehen wir da nach drei Spieltagen mit nur vier Gegentoren. Seine Karriere begann Ehrlechner beim Sportbund DJK Rosenheim. Im Tor landete er aber eher durch Zufall. Warum bin ich Torwart geworden? Mei, es war eigentlich eine lustige Story. Weil am Anfang konnte ich eigentlich ein bisschen besser rückwärts laufen wie vorwärts. Also ich war schneller im Rückwärtslaufen wie vorwärts. Und irgendwann hat der Trainer gemeint, ja gut, da kann ich dich draußen nicht so gut gebrauchen. Geh du mal lieber da in dieses viereckige Ding da rein, weil da musst du noch stehen. Und so begann meine Karriere, ja. Patrick Ehrlechner hat mit den Pantern in diesem Jahr ein großes Ziel. Die Playoffs. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Die Playoffs. Die Playoffs. Die Playoffs. Die Playoffs. Untertitelung des ZDF, 2020